Ich habe eigentlich ursprünglich die Information gehabt, ich bin in der ersten Jahreshälfte auf jeden Fall bei allen Academy-Shows dabei, was ich schon krass fand, weil ich nie damit gerechnet habe, so schnell in die Academy-Shows zu kommen. Ein paar Wochen danach habe ich dann noch eine E-Mail bekommen, wo dann drin stand, weiß ich noch, da bin ich, das war kurz vor Weihnachten, und habe eben die Mail so auf meinem Handy aufploppen gesehen und bin nicht draufgegangen, sondern nur den Betreff gelesen und bin schon komplett ausgerastet einfach. Was war der Betreff? Was war der Betreff?